Du möchtest, dass dein Bart wie verrückt wächst? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich habe bereits einige Videos zum Thema Bartwuchs beschleunigen bzw. mehr Bart bekommen gemacht. Und in dem heutigen Video erkläre ich dir, wie du so schnell wie möglich einen Bart bekommst bzw. wie dein Bart wie verrückt wächst. Und das ist kein Gelaber, sondern es wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit genau so auch bei dir funktionieren. Und um das hinzubekommen, brauchen wir genau zwei Dinge. Das erste, was wir brauchen, ist ein Bartroller. Ich habe bereits einige Videos zum Thema Bartroller und Bartwuchs beschleunigen gemacht. Wenn du wissen möchtest, wie man den Bartroller anwendet etc., dann klick einfach mal hier oben in die Infocard rein. Da habe ich dir die Videos dementsprechend verlinkt. Der Bartroller verursacht kleine Mikroverletzungen auf der Haut und wenn sich die Haut wieder regeneriert, wird vermehrt Kollagen ausgestoßen. Und Kollagen ist ein körpereigener Stoff und dafür verantwortlich, dass deine Barthaare wachsen. Also dein Körper reagiert im Prinzip auf einen äußeren Einfluss auf die Anwendung des Bartrollers, stößt vermehrt Kollagen aus und dadurch wird dein Bartwachstum angeregt. Das zweite Mittel, was wir brauchen, heißt Minoxidil. Für die Leute, die nicht wissen, was Minoxidil ist, kurz zu Minoxidil. Minoxidil ist eine Arznei, die eigentlich als Habungsmittel eingesetzt wird. Und diese Arznei funktioniert sowohl auf dem Kopf, aber auch im Gesicht. Der Hersteller distanziert sich zwar von der Anwendung im Gesicht, aber Leute, das Ganze funktioniert. Und das Ganze kann ich nicht nur persönlich aus meiner Erfahrung bestätigen, sondern da gibt es auch einen YouTuber, der das Ganze ausführlich als Experiment auf seinem YouTube-Kanal behandelt hat. Den YouTube-Kanal von Simon Wackerle verlinke ich euch dementsprechend ebenfalls hier oben. Ich persönlich habe auch vier Wochen lang Minoxidil angewendet, habe es dann aber wieder abgesetzt. Warum? Das erfahrt ihr später. So, und du hast jetzt keine Lust mehr, lange zu warten. Du möchtest einfach, dass der Bart so schnell wie möglich kommt und dass der Bart volle Pulle wächst. Kann ich verstehen. Und deshalb habe ich heute den ultimativen Bart-Booster für dich. Die Lösung ist nämlich die Kombination aus Minoxidil und dem Bartroller. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann die beiden Produkte auch in Kombination anwenden, aber das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn du den Bartroller anwendest, dann wird die Haut perforiert. Das bedeutet, dann kann die Haut alles vermehrt und verbessert aufnehmen. Das möchte man aber im Zusammenhang mit Minoxidil eher nicht. Denn Minoxidil ist unter anderem auch ein Blutungsenker. Und wie bei jeder Arznei können natürlich auch bei Minoxidil Nebenwirkungen auftreten. Wie zum Beispiel auch bei mir. Deshalb habe ich persönlich Minoxidil auch nach vier Wochen wieder abgesetzt. Ich habe zum Beispiel sehr schuppige und sehr trockene Haut bekommen und das hat mir einfach nicht gefallen. Deshalb habe ich für mich entschieden, nein, ich setze Minoxidil wieder ab. Man kann aber auch andere Nebenwirkungen von Minoxidil bekommen. Ja, zum Beispiel vermehrt Haare auf den Augenbrauen oder vermehrt Haare an anderen Stellen oder vielleicht auch Kopfschmerzen. Es gibt halt immer bestimmte Nebenwirkungen bei einer Arznei. Das ist natürlich klar. Denn ihr wisst, ich bin kein Arzt oder Apotheker und bei Risiken und Nebenwirkungen solltet ihr den vielleicht mal fragen. Aber es ist logisch, bei jeder Arznei gibt es halt Nebenwirkungen und entweder kann man damit leben oder halt eben nicht. Und deshalb muss auch jeder entscheiden, ob er Minoxidil verwenden möchte oder halt eben nicht. Wenn du aber sagst, hey, ich kann mit den Nebenwirkungen leben, kein Problem. Ich möchte die Kombination Badroller und Minoxidil einfach ausprobieren, weil ich einfach unbedingt Bad haben möchte. Dann habe ich jetzt die Anwendungsempfehlung für dich. Und ich verlinke euch dementsprechend auch logischerweise beide Produkte, die ich hier heute in dem Video benutze, unten in der Infobox. Du solltest dann zweimal pro Tag Minoxidil auftragen, das sowohl morgens als auch abends. Entweder in flüssiger Form oder in Schaumform. Das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Und apropos Minoxidil auftragen. Wenn ihr Minoxidil aufgetragen habt, nicht wieder abwaschen, sondern ihr lasst das Minoxidil auf eurem Bart bzw. auf eure Haut, denn das Ganze muss dementsprechend logischerweise auch einziehen. Ergänzend dazu nutzt ihr zwei bis dreimal die Woche den Badroller. Aber jetzt Achtung, den Badroller nicht direkt vor der Anwendung von Minoxidil und auch nicht direkt nach der Anwendung von Minoxidil benutzen, sondern zwischen den Anwendungen von Minoxidil und dem Badroller einfach ein bisschen Zeit lassen. Das würde bedeuten, wenn du jeden Morgen um 7 Uhr Minoxidil anwendest und jeden Abend um 19 Uhr Minoxidil anwendest, dann empfehle ich dir, den Badroller gegen Mittag, so gegen 13 Uhr anzuwenden. Dann hast du nämlich genügend Zeit zwischen der ersten Minoxidil-Anwendung, der Badroller-Anwendung und der zweiten Minoxidil-Anwendung. Das bedeutet, jeden Tag morgens und abends Minoxidil anwenden und zwei bis dreimal die Woche den Badroller am Mittag anwenden, sodass genügend Zeit zwischen den Anwendungen gibt. Und Leute, bitte tut euch einen Gefallen und zieht durch. Wenn ihr wirklich Bad haben wollt, dann zieht durch und vergesst keine Anwendung. Denn viele Leute vergessen dann ein, zwei Anwendungen pro Woche und danach kannst du halt nicht das Maximale rausholen. Das ist wie beim Sport. Wenn du halt zwei, dreimal die Woche nicht zum Sport gehst, dann kannst du halt nicht das Maximale aus deinem Körper rausholen. Und so ist das hier natürlich auch. Und zuallerletzt muss ich natürlich auch hier sagen, habt trotzdem auch hier etwas Geduld. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich. Wenn du das zum Beispiel zusammen mit einem Freund machst als Wettkampf, dann kann es sein, dass dein Freund zum Beispiel viel schneller Ergebnisse hat als du. Oder halt auch andersrum. Weil wir Menschen sind halt unterschiedlich und jeder Körper nimmt das Ganze natürlich auch unterschiedlich auf. Das muss man dementsprechend logischerweise auch machen. Und diejenigen, die mir bereits erste Bilder von ihren Erfolgen geschickt haben. Leute, ich feiere es richtig krass. Ich freue mich wirklich riesig, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein bisschen weiterhelfen, und für diejenigen, die gerade neu im Bartgame sind, Leute, zieht durch, lasst den Bart wachsen, denn das Ganze lohnt sich wirklich.